Murray fängt den Screenpass ab und gleitet ganze 34 Yards durch die Defense der Wolverines. Schon wieder? Wieso musst du immer bei dieser verkackten Defense schiffen? Oh man. Dann gehen wir mal, Pink. Ach, reifst du, Gilligan. Es gibt auch noch Schöne. Ja. Ja! Los! Touchdown! Ja! 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 So muss das laufen! Ist doch verrückt, oder? Man muss seinen Verstand wachhalten. Was zum Teufel? Oh, Gilly. Ist nicht so schlimm. Wir werden alle älter. Na komm, bringen wir das draußen zu Ende. Ja. Ich hör sie auf. Ganz ruhig, Gilly. Sonst kommen noch mehr davon. Nein! Nein! Ah! Oh! Ah! 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 Ah!